Drei gegen zwei und schöner Pass, Opas und 3 zu 1. In Slot, die Hoffnung für Bukac, was nicht gelingt und dann sind es die letzten Sekunden. Ein Schuss dafür, die müssen noch mal ergehen und der gelingt nicht mehr. Schaffen es die Pinguins direkt ins Viertelfinale einzuziehen und es sieht ganz danach aus, die Scheibe ist im Tor! Und das Spiel ist vorbei. Wahnsinn, Bremerhaven zieht ein ins Viertelfinale. Die direkte Qualifikation, also gucken Sie in diese Bremerhavener Gesichter. Bremerhaven spielt trotzdem eine bemerkenswerte Aufrunde. Das lassen wir mal auf uns wirken hier, diese tolle Atmosphäre. Platz Nummer 6. Was bedeutet das für Bremerhaven und für euch? Es ist besonders für euch, auch? Es ist großartig. Es ist schön. Wir haben immer wieder verbessert. Und wir fühlen, dass wir die Gruppe zusammenkommen. Und wir freuen uns für die Playoffs. Geschrei. Wir freuen uns für euch. Wir freuen uns zu wärmalen. Wir freuen uns für euch. nhälp !